Kompi Level 16 ist alleine Ne die sind nie alleine passt bloß auf in den Bäumen Lock ihn zu euch in die Küste könnt ihr ihn entnehmen aber ihr könnt freuen kann er am Bronto töten war ein Tages Rex Carlo wie heißt es immer ganz wie heißt es noch mal mit ganzem langen dünnen Hals Alimimus oder was? Kann sein was ist denn Lone Star hier? Warum kann ich ihn nicht zerhacken? da hast du Steine den Hals angekommen oh hier sind Steine drin da ist noch mal Steine drin ich laufe jetzt wieder Richtung 2 Grad vom Boot aus mach mir jetzt richtig viele Pfeile da sagt er was dass mir nie wieder die Munition ausgeht wenn ich auf der in der Wüste bin also wir haben dann nachher in der Kleinbox Tronberry falls wieder jemand rumliegt und besoffen lässt wie wenn jemand besoffen ist ich will nicht besoffen besoffen nee gar nicht also wer will jetzt das Leder wer will jetzt abgeleidert werden? also wenn ihr Leder habt sammelt es erstmal in einer Kiste oder so noch können wir das immer nicht bauen also ich hab in der Kleinkiste Leder reingepackt ich hab in der Kleinkiste Leder reingepackt okay pack ich auch rein ich stelle es aber einfach nur Stein sammeln ähm und du kannst direkt Wände machen also wir brauchen jetzt noch neun Wände dann haben wir das Haus erstmal fertig Bronto wenn wir gleich ein paar Pfeile haben da oben am Berg läuft einer rum ich hab über 50 Pfeile ich hab 73 Pfeile jetzt dann mach doch schon mal den Bronto noch acht Wände wo ist er denn? ich hab auch schon eine Wand ich hab auch schon eine Wand okay noch sieben Wände einfach mal Richtung Berg dann siehst du den da rumkraxeln ah ich seh'n soll ich noch sechs Wände? ja ich hab noch mal eine ich würd vorher noch mal meine Sachen ablegen ganz kurz also vier also nur die schweren Sachen es dauert eh bis er unten ist hm kannst das schon mal schießen jo macht ihr den Bronto oder wird? hab ich toll nack's kaputt er hat mich geholfen äh hier äh ich hab äh Holz und Steine hat jemand eigentlich mal geguckt welches Level der hat? wo bist denn du? nein viel zu weit weg hast du's in die Kisten gepackt? oder läufst du grad rum? ich lauf grad rum weil nicht so wenn der Level 100 ist haben wir schon ich hab's alles in die Kisten gepackt ne grump ist er weiter weg nur beim Bronto wo was läuft hier? ja hahaha oh 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 er hat mich auf den Kieger glaub ich ich hab noch als Info auf der andere Seite ist er auch noch mal ein Bronto von der Flos Au er hat den Scheide gezogen mit seinem Schwanz die Glocken nur nicht zu Flos ja toll das sagst du jetzt Niklas wie viele Worts hast du? was sagst du jetzt? er hat immer schon noch Flos ist äh 3 hahaha äh dann brauchen wir noch 2 das kann ich schnell machen oh nein ich bin überladen das ist aber nicht so schön nein er ist gleich tot keine Sorge er ist gleich weg haha da kommt doch kommt gerade auf die zu ne da mach nochmal eine ok ich hab eine gemacht ja aber bloß weg vom Flos da stehen die Dinos drauf die Kleinen dann packst du dann mal die Kiste er läuft weg wenn er mir die Dame jetzt auch noch umbringt er rennt weg er rennt weg dann geb ich das Zähmen auf haha dann haben wir dich gezähmt jaaa dann haben wir dich gezähmt jaaa das wär gut nein halt dann lauf ich rum und töte Spieler dann lauf ich rum und töte Spieler dann lauf ich rum und töte Spieler ich krieg hier gar nix raus ich krieg hier gar nix raus aber ich alles rausnucke am Schwanz hier schon ey dann nimm das doch mal ein Bronto oh mein Gott ich sollte vielleicht dazu sagen dass ich schon echt hart kaputt bin heute dass ich schon echt durch bin im Kopf wollen wir noch einen Bronto töten jetzt ist auch mal einer keine Pfeile mehr ich bin jetzt vom Boot ach macht nichts schneiden wir raus haha wie weit brauchst du nicht verschönigen äh 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 lass was die Leute sehen wollen packst du das halt in die kleine Kiste? ich hab das jetzt alles in die große Kiste gepackt oh nein oh nein du hast es völlig falsch gemacht ich wusste nicht dass es eine Sortierung gibt also wir haben jetzt 79 halt wo ist das nächste Pronto? einfach quasi kurz nach links auslaufen da ist noch einer auf dem Berg gewesen da war noch einer auf dem Berg gut ich hole runter in die selbe Richtung wir können auch mit Steinen beschießen bis er umfällt und ein Temp ich bin jetzt beim Bronto ne dann schießen an und holen runter auf die Lichtung nur nicht zum Boot ja aber er ist doch nicht da der ist doch im Wasser hä in der Lichtung das verstehe ich gerade auch nicht ich dachte du bist bei dem Bronto ich bin doch beim Bronto der ist 104 104 104 ist aber ne ganz schöne Ansage ey so der auf dem Berg hat mich jetzt das ist nicht der am Wasser der auf dem Berg der am Wasser ist einfach quasi vom Boot aus links laufen also sollten wir nicht nach links laufen ich sehe den Bronto ok ich sehe ihn auf mich zukommen hm er will mal kurz mit seinem Kopf gucken wer hier so auf mich schießt aber irgendwie trifft du mich gar nicht das weiß ich ach so der soll ja nicht zum Fluss ne n hauer das ist mal auch für meine Bäume sagen warum ich ich habe bereits einmal geschossen kommt 10 und 10 Bronto u und geschaffen jetzt gar nicht zu tellen lang ja das so viel zu lange ich bin ich bin dagegen Herr ok Jungs und Mädels ich komme alter das ist der ist ein bisschen härter als der von gerade eben aber der rennt schon wieder weg kann das sein ja der rennt mir hinterher ich bin da hinten oh Gott meine Spannung so aber jetzt ist er jetzt ist er aber gleich tot hier guck mal er dreht um sehr gut er haut ab guck mal der ist gleich platt der kann nicht mehr viel haben hier ich komme der stimmt jawoll ein ein heid abheiten halt in den ta reingucken zu spät gib mir mal heid ich will keinen in den ta hat auch nichts gehabt hier hier guck mal ankelu oh ich hab prime lead 87 heid haben wir jetzt natürlich hat der hat der wenn wir es jetzt schaffen würden mit dem prime lead ein kombi darfst du schaffen der trike ist fertig genau wo 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 ich hab auch ein bisschen ich hab auch ein bisschen ein trike hier ist ein ankylo ich hab auch ein bisschen prime lead trike 101 heid ist jetzt in der kiste habt ihr jetzt prime lead im dings trike ist prime lead ja ich arbeite dran ich arbeite dran ich will charlie wieder haben Wo sind die? Die sind vom Floß aus, wenn du auf den Berg guckst, links oben. Wenn ich jetzt vom Floß aus, ich gucke auf den Berg, links oben. Du hast ganze 15 Minuten. Du läufst links den Berg hoch einfach. Nee, du schaffst nicht 5 Minuten, dann ist das erste Stück weit. Genau da in die Richtung, wo du hinrennst, genau da. Oh, da muss ich die ja erstmal runterlocken, oder? Richtig, genau. Lock die einfach zum Trike. Aber pass auf, das sind mehrere, die waren made boosted. Könnt ihr vergessen. Da müsst ihr jetzt ganz, ganz schnell sein, weil der ist eines, das zwei ist um 4 Minuten weg. Ja, die waren hier. Irgendwo hier. Die sind natürlich auch rumgelaufen. Die bleiben nicht da, wo sie waren. Scheiße, ich habe keine Stamina mehr. Irgendwo hier ein Weiswahn. Ich glaube, ich habe sie gleich. Deiner Meinung nach war das genau hier irgendwo. Ja, ich sehe einen. Ich habe einen. Oh, bei mir ist auch einer. 48. Hier ist Level 56, ist hier einer. Er ist direkt hinter mir. Ah! So, ich habe zwei. 72. Alter, vier. Ähm, spielen wir das? Das sieht nicht so gut aus. Ich will hier weg. Ich weiß, ich will auch weg. Aber sie sind noch hinter uns. Können wir die mit Fäusten, können wir die nicht betäuben, oder? Nein, noch nicht betäuben. Wir sind erst im Trike, weil das ist uns viel zu weit weg. Aber im Trike kommt zu euch. Wo seid ihr genau? Ja. Im Wald. Wir kommen, wir kommen. Ich habe sie auch verloren. Lohnster, siehst du diesen Baum hier? Ein Ei. Sind sie noch hinter uns? Ja. Ist üblich, fliegt ihr bei dir auch so komisch? Ja, das ist gegen die Natur. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie. Vom Floß links sind wir jetzt. Ja. Komm nicht ran. Ja. Genau, Lohnster, ich komme auf dich zu. Die sind irgendwo hinter mir. Es sind jetzt mittlerweile fünf, ne? Knüppel aus dem Sack. Ich komme. Ja, knüppel, knüppel, knüppel. Weik ist passiv. Weiß. Wir sind jetzt im Strand, dann sehen wir euch besser. Wir sind doch gleich da. Da sind sie, da sind sie. Sie sind direkt hinter mir. Kann die Knüppel draußen? Ja, Knüppel sind draußen. Jetzt drehen sie um. Warum? Wenn wir auch sagen. Hey, komm, hinterher. Der Pinkel hier. Ne, das ist braun. Ne, jeder ein. Jeder ein, sonst ist das scheiße. Ich sehe keine. Stopp. Oh was? Kamu war's kill. Wieso? Kamu war neu wahrscheinlich einmal kurz eingeloggt vorhin und ist irgendwo liegen geblieben. Ich habe hier einen liegen, Level 12 hier. Rechts von euch. Hier kommt das Strike. Ich wundere schon, das Strike gleich komisch. Das Prime-Mate. Muss denn der... Nein, ich komme nicht ran. Der wacht sofort wieder auf, denk dran. Ja, ich habe ihn schon in der Quotex-Kreise. Nein, hilf mir, rettet mich. Ich werde getötet. Ja, wir haben ihn. Scheiße, rettet mich. Mach den Passi, schnell. Nein, meine Wutendings ist gebrochen. Leute, sterbe hier. Können wir helfen? Wo ist er denn? Gut, dann, gut. Die Sterbe an ihn. Oh Gott. Aua, die töten mich. Aua. Aua. Nein. Die werden jetzt hier in der Fresse kriegen. Nein. Oh nein, scheiße, die töten mich auch. Werte die Idee, Kompis zu zähmen. Ach nee. Aua. Hilfe. Wir werden uns fressen. Oh, das sind vier. Schaut der Speer raus, sonst sterben wir alle. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg. Ich habe keinen Speer. Ich weiß gar nicht, wo ich mich heiße. Hau ihn. Hau ihn, wir kriegen ihn. Hau ihn, was mich gehauen. Komm, den kriegen wir. Was macht es? Aua. Was ist er denn, wo ich gestorben bin? Äh, kann ich nicht mehr sagen. In der Nähe, hier bei mir. So, beide dauernd. Er läuft da hin, er läuft weg, er läuft weg. Ich wollte ja auch gerade sagen, er liegt Hyde. Hahaha. Warte mal, hier ist noch einer. Da liegt Hyde, holst es euch. Was auf. Der ist schon wieder da. Aber trotzdem ist er hier lang. Wenn er mit gut ist, ist das nicht gut. Dann liegt ja einer so lustlos rum. Wo denn? Das ist bestimmt nicht mein Körper, das ist bestimmt mein Körper. Kompi. Nee, ich töte ihn nicht noch. Nein, hier ist einer, hier ist einer, der hier noch umrennt. Der hier. Was ist denn mein Zeug? Die sind alle hinter dem einen Kompi herrennen, versucht ihn zu erschlagen. Wir schlagen ihn uns gegenseitig hin und her, hier. Warum gibt er zufällig mein Zeug? Ich glaub, wir haben jetzt so ungefähr drei Stunden aufgenommen. Mhm. Ich äh, bin jetzt dafür... Ja, ne, 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 ne. Er liegt, aber er ist so gut tot. Ja, mit was willst du denn jetzt ziehen? Keine Ahnung. Ist da nicht noch Primey drin? Ich weiß es nicht. Ein Stück müsste drin sein, oder? Wenn ihr nur eins rausgenommen habt? Nee, dann muss es im Kompi drin sein. Hier ist keins mehr, hier ist einfach gammeltes Stück Fleisch drin. Okay, okay. Ja, das ist dann zu spät anscheinend. Also nicht mehr. Nein. Na gut, dann könnt ihr... Hat irgendwie noch meine Leiche schon gefunden, zufällig? Es sind die wohl nur Primey? Ich möchte ihn nicht töten. Ja. Hallo? 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 Ja. Ist es denn? Ist es ein Charly oder ein Eclair? Kann ich den hier nicht hinwerfen, oder? So, dann könnten wir lieber die gleiche von Captain Yamato finden. Mann! Geiler Führer. So. Hallo? Ja. Es ist ein Eclair. Ein Eclair. Ein Eclair? Sowas zum Essen, siehste? So, hat jemand noch ganze Siebenheit für mich? Ich hab... Guck mal, ich hab grad... Äh... Ich hätt noch was, wenn du meine Leiche findest. Ja, ja. Jetzt brauch ich nur noch ein bisschen Holz, dann kann ich nämlich den Schweizer hermachen. Guck mal, ich hab Claire wieder. Warte, hab ich noch Holz. Guck mal in die andere Küste. Guck mal in die andere Küste. Grün oder war die Orange? Nee, da ist kein Holz mehr. Aber ich hole eben was. Das hat keine Hilfe. Nicht viel. 40 oder weniger. Und Claire war braun. Claire Gube. Immerhin haben wir einen. So. Wollen wir dann jetzt mal zur Insel fahren? Zur Wüsteninsel? Und jetzt mal... Kann mir doch endlich jemand helfen, weit zurückzufinden. Ich muss sowas von Penn gehen jetzt, ey. Ich bin so im Arsch. Wo hast du deine Kolonne? Das ist die Frage. Das weiß ich ja nicht. Ja, das ist eh nicht viel gewesen, oder? Was? Was? Was hattest du denn dabei gehabt, was jetzt so wertvoll ist? Über die ganze Rüstung, über die ganze Klamotten. Sag einfach Hyde. Ja, sei... Das Killer-Argument. Ganz viel Hyde. Ich hab ihn. Der wo denn? Im Wald. Im Wald. Ich hab ne... Wo hast du denn den Kompi her? Der hat nichts mitgekriegt. Niklas, hörst du überhaupt zu? Bist du überhaupt noch anwesend? Soll ich ehrlich sagen, ich habe gerade die ganze Zeit nicht anwesend? Ja, das ist jetzt auch das Beste, was du sagen konntest an der Stelle, weil alles andere hätten wir dir nicht geglaubt. Braucht ihr noch Reit? Ich hab 59. Das ist bloß so die Kiste. Aber er hat Reit. Nein, nein, ich brauche für die Schmiede. Nein. Ich kann einen Try greifen. Als habt ihr doch in Wigendheit. Dann sag doch mal genug her. Okay, dann behalte ich es für die Schmiede. Ne. Oh, guck mal. Nimm ich jetzt endlich mal an hier. Dann bau doch erstmal die Mote Piste. Was ist das, Eclea? Hab ich da schon. Ist das gut? Sieht so lecker aus. Wie fehlt trotzdem immer noch? Du mit deinen 16 Heid. Stich mir in den grünen Augen. Immer noch 16 Heid. Mit meinen roten Haaren. Mit meinen roten Augen. Mit meinen roten Augen. Ich hab's ja noch nicht hingebaut. Ich hab's ja noch nicht hingebaut. Ich hab's inventar. Ach so. Das Boot ist irgendwie ein bisschen voll, ne? Quatsch. Ich krieg durch. Da muss ein Tryg drauf. Da muss ein Tryg drauf. Alter, wie soll das hier drauf passen, ey? Ich kann auch hinterher stimmen zur Not. Genau. Das geht schon noch. Können wir dann mal in den See stechen so langsam? Das Donster ist noch da hinten am rumlaufen. Ja, ich hol noch ein paar Bären für da hinten. Die können wir so brauchen. Also. Ja, jetzt ist bei mir hier echt... Ich muss langsam einen Zapfenstreich machen. Zapfenstreich. Oh, oh. Ich hab Angst. Ich versteck mich hier in der Adi. Du schützt mich. Tada! Hm, ja. Passt. Ich glaub, ich geh jetzt los. Äh. Ich fahr ja verkehrt. Die Dodos da vorne. Ey, nicht mehr hier machen! Leute! Ich wollte mich doch nicht zu der Leid. Ich hab den falschen Klopf. Na, Dodo! Wie soll ich den jetzt wieder drauf kriegen? Na toll. Ich hab den falschen Klopf gedrückt. Ich komm noch nicht hoch. Es tut mir so leid. Okay, wir müssen sie leider hinter dem Bahnhof erschießen. Nein. Mach's gut, Legobatterie. Tschüssi! Was haben wir jetzt eigentlich? Tschüssi Rackner! Tschüssi! Nimm Rackner mit! Es geht schon wieder los! Die fallen schon wieder vom Boot! Die können wir noch... Mann! Mit euch kann man nicht fortfahren! Ernsthaft! Wir brauchen unbedingt ne Reling! Wir brauchen ne Reling ums Boot drumrum. Könnt ihr euch nicht einfach aufs Boot legen und nichts mehr drücken oder so? Ich leg mich jetzt hin! Ja, hier, komm! Leg mich jetzt hin! Nein! Ich komm schon mit! Nein! Volle Kraft voraus! Ja, komm klar! Ich muss erstmal die Legebatterie hier drauf kriegen! Ari, du hast... Jetzt komm ich hier nicht mehr durch dich! Wenn du in den reinbeißen würdest! Solange ihr das macht, kann ich noch mal so ein leckeres Stück platzeln! Fahren wir noch kurz bis ins Hedge, aber ich hab keins mehr! Ach, du bist zu weit weg! Ich farm nichts! Nein, ich meinte, ich, solange du es magst, aber es ist mir zu weit weg jetzt halt! Jetzt kriegt die Legebatterie nicht raus, ja! Schieben! Ziehen! So, jetzt müsstest du aber aufpassen, oder? Ja, jetzt ist sie drauf! Komm ich da drauf? Ihr bleibt jetzt... Ihr legt euch jetzt am besten... Halt, 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 halt! Was? Weit, weit! Claire, weg! Ich hab's, ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Achso, ich fahre! Das stimmt nicht! Ari, ich halt mal kurz, weil jetzt sie losfährt, okay? Du schaust dich doch so geistert an vom Gesicht her! Sind alle da! Warte, Ari! Schlauch er nicht! Ja, ich wusste... Ich hab mich grad gewundert, warum ich nicht bewegt! Genau, ich war aber noch...